Mir juckt die ganze Zeit die Nase. Könnt am Wetter liegen. Ich drück schon die ganze Zeit auf Schoße, Alter. Nicht, dass das am Wetter liegt. Also, du bist jetzt endlich fertig mit deinem Quest. Sehr schön. Das ist wichtig, was er steht da ganz, ganz, ganz. Das ist wichtig. Bringt nix, bringt nix, bringt nix, schwul. Ich nehme das. Hallo, hier, Zwerg. Ich möchte eine Quest abgeben. Hallo, hier größerer Zwerg, bedrohten Bart. Ich möchte euch zum E2-Quest abgeben. Gretels Anhänger. Guckst du nach Hänsels Hals? Hänsel, nur Gretels. Auch für eine Route! Ich hätte dir das nicht möglich. Es ist ein schönes Gefühl, das habe ich nicht wirklich gebraucht. Ich habe noch ein bisschen gebraucht. Ich kann mich nicht machen. Da haben wir ja schon recht. Ich kann mich nicht, dass du dann losst. Ich bin mir ganz schön. Ich will nicht ein bisschen leben. Ich kann mich nicht es darauf achten. Bänder wahrscheinlich sind wieder möglich jetzt die Lichtanhänger also und so die möchte gern möchte gern Gangster auch da ist ja schon einer Trotz ist umzünden Spiel eine Schütterung gemacht Kunde Kurschen nach Hause nicht dass ich wüsste vielleicht spätschicht die Macht ich weiß noch nicht oben hier der klassische Hexer bleiben wir an einer Fackel hängen er hat die Gebrücke Kirsten das die Geschichte durch 6 08 Buchmann Christoph und wieder einer Fackel hängen geblieben ich fast es nicht Also stellt niemals eine Fackel auf oder wenn ihr mir im BG begegnet, stellt einfach eine Fackel. Nichts sieht sowas magisch an. Oder ihr buddelt ein Loch. So, wir müssen die jetzt mal kurz auf den Respawn von dem Quest-Mapier machen. Vom Priester-Fiester. Der hat noch geredet. Ohhhhhhhhhh, ohhhhhhhhhh. 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 Na na, jetzt komm, Respawn endlich. Ich schaue da mal wieder auf Facebook. Ohne das Laptop auf. Ich wollte eigentlich keine Spiele aufmachen, ich hasse Windows 8. Tja, da ist Windows 8. Genial, das Scheißhaus ins Badewasser abkommt. Super, die ist bestimmt auf Mallorca oder so. Ich meditiere weiter über diese Jacke. Na schön, die Beine hinlegen. Kampfhammer oder war schon. Ich muss mal den Buzz Benzer Fanshop schauen. Der Buzz Benzer Fanshop warum nicht? Der Crespo ist immer noch mal da. Pass auf, dass du den Rand nicht wegschierst. Ich leg schon die ganze Zeit Weih auf den Boden. Und wenn es Lucky Luke ist, dann bringt er die Weih auch nichts. Dann schießt er schneller wie dieser Devil seinen Fuß auf die Weih. Ja, der hat schon eine Falle hingelegt. Schauen wir mal wie ihm das jetzt gehört wird. Da spiel ich ernst. Auf der Haft einer mit Mikasa Cosplay mit einem Banshee. Er hat ihn leider bekommen. Ja, der hat eine Falle hingelegt. Deswegen hat es bei mir gleich wieder Facebook aufgelegt. Ah, jetzt geht es wieder. Einmal kräftig auf den Tisch hauen und schon läuft das. Dann schießt er extra seine Weih hin und dann ist die Scheißhunterfall trotzdem schneller. Nein, dazu sage ich jetzt nichts. Was ist so schlimm? Oh, scheiße! Jetzt sch stellen wir ab einmal ein Moment, auch. Aber du hast auch gewonnen. Nenigstens ist dein Wichtel hilft mir. mehr der heutige Zutaten uns gut sind es ist sehr schweißig ich weiß nicht irgendjemand wird hier wird die ganze Zeit er macht sich die wie ein Kanal zu abonnieren die abonnenten zu dir abonnenten doch gesagt ja ich könnte mal schon ich hab schon bald bisschen umgepasste 4 4 ist vorher gut für das war aber ich bin überhaupt nicht damit zufrieden ich muss noch mal ein komplett neues jetzt hängt es bald mein Bettel mit XF-Dateien für Thumbnails wenn das funktioniert mittlerweile Thumbnails so halbwegs wenn das aber heute in letzter Zeit relativ Mangelware an Videos haben ich hoffe mal bloß dass der Drago heute die Pokémon-Feuer-Rot-Folge hoch lädt ich hab so viele Dateien ich weiß gar nicht mehr wo die ist Pokémon-Weiß, Pokémon-Vorläufig, Thumbnails-Feuer-Rot-Anser schluggeräusch ach leckt mich ich will sind die Bauern Mangelware Mangelware mit dem es ist ein Kater sind Karte ist es ist alles was Prozent vorbilden und größer ist es mittlerweile Kater kristin sie ist noch zu gestopfen also es sind im das macht es nicht besser so ich krieg mal noch mal die Kilo der ganze PC das ist meine Brille auch noch veröffentlicht ja ich bin Limba Sie sind deinste Röselpaar Ich sollte es mal gucken Ja Ich weiß wie sie spawnt Ja klar, jetzt kickts mich wieder raus Faszinierende Ladebeugen Ich glaube die beiden Bilder musst du rauslassen Nein, muss ich nicht Doch, nein, doch, nein, doch, nein Du weißt dich nicht hier, Freundchen Ich hatte den fetten Leg Oh Christel QB Zwei I Wieso hat der jetzt upmounted? Wieso? Ich bin nur hier gestanden Wieso? und wenn man hier ab bei baum auch gut sie fixe springt mir die an uns knack sonst nur wünsche widerstehen was ist denn los wie sie widersteht alles Feuerrisi Oh, ich hab die Kiste der Schaß-Blamas gefunden. Was ist denn Ausdauer-Buff jetzt? Muss man hier in die Fülle, damit man dieses Tripti-Piazitin kriegt? Ah, muss man. Dann geh ich auch mal in das Loch. Hallo, Freunde! Hallo! Hallo! Der Priester-Literiazio. So, ich hab alle drei Teile und ich hab dieses Ding noch. Ach, man muss da Teile einsammeln dafür? Ja, eins von den drei Teilen hast du ja schon. Ich hab drei stabile Brunnerkissen. Wo kriegt man die anderen zwei hier? Und den anderen Priester. Die sind alle in der Helis. Einer hab ich da hinten gerade gekillt. Den kannst du noch fluten. Wo ist der andere? Weiter hinten. Ah, okay. Da, denen muss das fluten können. Sie schon. So. Ja, genau das. Hä? Ach so. Ach so. Ach so. Stimmt schon. Jetzt weiß ich wieder so, wieso ich mit der Kampfspiel und soviel Indies mache. Ah, der alte, alte Dipstar-Drainer. Chaos-Bolding-Coming, Hatz! So, jetzt muss ich auf ein von den drei, eine von den drei Googeln klicken und dann bin ich die B-Taste fit. Jetzt kann man auch geben gehen. Ah, I am happy. Grausamkeit kennt keine Grenze. Kennt kein Niveau. Und wer grausam ist, der hat gut lachen. Denn darum geht es bei Grausamkeit. Oh, ho, 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 ho. Der Schaduthan-T-Shirt. Oh, ho, 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 ho! Ich hab schon wieder... Stapelkopf so damit sind wir hier auch schon wieder fertig dann müssen wir jetzt runter zu dem Wachposten und wie wir wieder mal weiter rund ums Loch und das muss noch ins Loch rein da wo du dort reingefallen bist aber dann gibt's gute Quests die gehen schnell Thomas Schlaumeier und sagte wurde die Wurden Fieste findet hier ist der nächste Fiesta ne ich schlaumeier jetzt nicht hab kein Bock dazu hier oben nicht drunter fallen ups ich hab's auch gerade gesagt ich muss es auch sagen es will ganz drunter gefallen hier ist aber wo man hochkommt das ist ein sehr guter der richtigen Seite für die Falle auf der anderen hätte ich das ohne gottes Schild jetzt nicht überlegt du bist auch untergefallen aber auf der Seite das ist das nicht ganz so weh tust ja sie sagt sich nicht bleibt auf dem Boden ja ja die Zwergwugmeister diese Ironie grad die Zwerge die sowas überhaupt nicht haben können außer die Wildhammer die lieben ja das viel wieso steht da eine mit dunklen Eisenzwergen die stepp tanzen tun die steppt tanzen tun dann bleiben wir